es gibt da drüben lift, da hinten lift, hier lift und dann gibt es noch in Val d'Isere gibt es noch lifte jeder lift hat ungefähr so fünf strecken oder? ja kommt schon hin und die sind halt keine wie hat diese gröne gröne hat sogar irgendwie 12,5 kilometer das ist schon am raus nah am dach für da sieht man gerade die steile die mal runter sind da durch das geröll das war schon hoch oben war es schon sauecklich unten war es ok ist halt mega die tourie hochburg aber das alles voll mit strecken hier hier ist es red hot ja eigentlich sind sie alle cool irgendwie so wie es aussieht sieht verspiegelt aus auch die blauen doch ja buddy oi Traube, frech son so ein bisschen hehehe hehehe alter, wieviel gläncher sind hier schon drüber gerutscht uah hä? kall da zuh huah uah bisschen weit, he? ja mach mal brab ganz langsames brab, los die neudexten kommen ich seh nen helm der ganz langsam sich nähert au die städtum huu und aufhören ruhe zu sagen jump around also jump around war nicht so viel jumpig aber ok ralentier ralentier boah der hat mal richtig speed nehmen können ich muss sagen der wallride war der hammer das war so ne richtig wie so ne pumpwelle in langsam und halt auch wie es da hinten dran halt dunkel ist ne krass da wärs er nicht runterfallen ne red hot jetzt oh skinny, das wird er nicht mögen jump noch ein jump oh fuck oh fuck jaja typisches erste abfahrtgebauer jaja typisches erste abfahrtgebauer drop haha schade dass keine landung da ist das wär so geil ein tour drop immer das louis salanka eh? yes ach das stück das das ist so cool das stück huuuu haha das ist so cool das stück das ist so cool das stück das haben wir jetzt auch nicht kennengekriegt der ist aber nicht so geil merci huuuu da kommt schlechtes wetter wie immer jeden abend huuuu alter dangerzone hör was ist das? freeride cool huuuu hohoho huuuu also von den reinen kilometerzahlen an strecken ist das glaube ich hier sowas habe ich noch nicht gesehen wir sind nur ganz wenige abfahrten zweimal gefahren ja dann ok es war schon mal ein guter anfang ja krass hä sicke schretten ja ha 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 wie hat er gesagt? wie heißt das? nose bong o necess uuhh very bike trip